Aktienlust sucht den Super-Nerd. Wir suchen Sie draußen vor dem Bildschirm, der unsere Aktienlust-Videos sieht, der IT-Erfahrung hat, der vielleicht auch kein Diplom hat, sondern einfach Lust und Bock hat, mit uns zu arbeiten. Deutschland sucht den Superstar. Wir suchen im Prinzip denjenigen, der unser Team noch mal mehr bereichert und komplementiert, der dementsprechend Lust hat, natürlich mit uns zu arbeiten, so ein bisschen natürlich affin ist für den Bereich Technik und Ton, so ein bisschen schneiden kann, dementsprechend sich auch reinbringt mit eigenen Ideen und vor allen Dingen natürlich unser IT-Team dementsprechend kompletiert. Ja, er muss Spaß haben am Videoschneiden, am Bearbeiten und einfach Bock drauf haben, mit uns im Team zu arbeiten. Und wir sind ein angenehmes Team, muss ich sagen, denn wir arbeiten viel, aber wir haben dementsprechend bei Zeiten auch viel, viel Spaß an unserer Arbeit. Natürlich ein bisschen Webdesign muss man drauf haben, alles ein bisschen, was IT-mäßig gebraucht wird, programmieren und so weiter, weil unser IT-Mann, der David, der im Hintergrund hier das dreht, ja, der sucht Verstärkung. David, was braucht der denn noch? Interesse, Flexibilität und Ausdauer. Sie haben es gehört, wenn das für Sie zutrifft, dann sind Sie bei uns richtig. Einfach bewerben an service-at-börsenspiegel.com mit dem Stichwort, ich bin der Super-Nerd. Heißt, wenn du, wenn Sie Lust habt auf die Aktienlust, dann hier unten ganz schnell bewerben. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen. Vielen Dank. Vielen Dank.